Let's Play Kingdom Hearts Recoded Das haben wir schon gesehen. Mit dem Blasenmuster. Ich meine, da sind wir in Traverse Town schon rumstolziert mit. So. Damit können wir dann wieder Platforming machen. Und das geht hier eine ganze Weile so. Wie ihr seht. Aber ich würde mich erstmal um die Herzlosen da unten kümmern, weil das muss ich eigentlich auch. Warum ihr vorher nicht aufgetaucht seid? Keine Ahnung. So, wir haben Feuerraum, wir haben Blitzrahmen. Wir sind eigentlich gut ausgerüstet. Alles, was uns fehlt, ist eine Heilung. Ich habe Heiltränke dabei, aber zur Zeit nirgendwo ausgerüstet. Sollte aber schon gut gehen. Leider ist dieses Spiel plattformlastiger als alle anderen. Wegen dieser ganzen Blöcke hier. Und ich, wer meinen Channel jetzt schon eine Weile verfolgt, weiß, dass ich Platforming einfach nicht drauf habe. Und deswegen werde ich mich hier sehr schwer tun mit all dem. So, hier können wir ein bisschen hin. Dann können wir dort hinten in die nächste Ebene. Na gut, vielleicht war es das schon insgesamt. Nein. Phantomblöcke. Verschwinden. Sie bleiben nur eine Weile da. Oh Mann, sie wollen mir das Platforming auch nicht so einfach machen. Was wir den letzten hätten wir auch noch erledigen können. Jetzt sind wir im Ballum. Jetzt nehmen wir weniger Magieschaden. Könnte sich irgendein anderes nützlich erweisen. Ach, die Musik ist schon ein bisschen chillig. Wenn ich in den Blöcken bin, ihr merkt es, dann tauchen sie einfach nicht auf. Komm schon. Sehr schön. Lange bleiben sie nicht da. Na komm, tauchte wieder auf. Zieh das nicht unnötig in die Länge. Waaah! Nein! Wer zieht das hier? Wer zieht hier was unnötig in die Länge? Doch wohl ich. Ja, ähm. Dass ich so das nicht packe, ist mir klar gewesen. Schneller. Nein. Puh, Mann. Wie gesagt, Platforming nicht mein Ding. Platforming mag ich nicht gern. Komm schon. Ich glaub, mit diesen Blöcken müssen wir uns nicht allzu oft rumschlagen. Aber ich bin mir jetzt auch nicht sicher. Ich könnte mich auch irre irren. Oh mein Gott. Es ist ein Datenklapper-Soldat. Der sich einfach durch nichts beeindrucken lässt. Okay. Einfach fallen lassen und wir haben's. Nächste Ebene. Und natürlich gibt's noch eine. Warum seid ihr nicht am Anfang aufgetaucht? Ich stand da schon die ganze Zeit. Oh Mann. Sie brauchen offenbar eine Weile, bis sie spawnen. So, ich muss alles ablaufen, damit ich auch überall die Gegner-Spawns mitnehme. Au. Musstest du das machen? Hab ich einen Stufenchip gerade erhalten? Ich glaube, ja. Mal gucken, wie ich da hinkomme. Das ist jetzt bloß für den Extra-Block. Wobei, ich kann damit auch hier hin. Aber es geht so oder so, oder? Ja, ich muss hier auch noch hin. Gerade diese Plattform, wo ich jetzt drauf bin, ist so besonders. Die kann man kaum erreichen von woanders. Wow, die Extra ist einfach mal... Mega-Donner. Blalala. Die Hauptsache ist ja, dass wir schön viele ESP sammeln. Au. Verdammt. Lass mich in Ruhe. Bob mich nicht. Bobbende Blöcke. Wer hat das schon mal gesehen? Ach ja. Wir können auch immer rollen, um uns ein bisschen zu beschleunigen. Hier sollten doch jetzt... Aber das sind normale Schatten-Durchis. Da kann ich jetzt nichts mit machen. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. So, und hier haben wir jetzt die echten Feuerwirbel. Ihr kriegt jetzt alles ab, auch Blitzerer, weil es mir einfach reicht mit euch. Okay. Und da soll ich jetzt so hin... Ah, ich verstehe. Das ist ein Fahrstuhl. Ich erinnere mich eher. Ich kann mich an sowas erinnern. Und wir springen immer hoch, um den Block unter uns auftauchen zu lassen. Und befördern uns dann so fahrstuhlmäßig nach oben. Und da haben wir es schon. Aber kein Fähigkeitenblock. Leider. Den anderen da... Dafür ist das Trampolin also da. Den habe ich gar nicht gesehen. So, jetzt bloß nicht runterfallen. Und schnell raus aus dieser Anomalie. Das sollte es, glaube ich, gewesen sein. Nein, das war es noch nicht. Oder doch. Attacke, Hitzlauf, Erfahrungspunkte. Ganz so viel gibt es jetzt nicht. Ich mache mal einen Hitzlauf und einen Schwertfall. Können wir auch gerne nochmal haben. Kostet dann aber das Doppelte. Ein Zauberreif. Mache ich auch einfach mal. Und dann den Rest 20 Taler. Nicht unbedingt Erfahrungspunkte. Das hat funktioniert. Die Tür ist wieder an Ort und Stelle. Also, weiter geht's. Ja, aber lass mich erstmal in meine Kommando-Matrix. Hier ist noch nichts voll. Okay, dauert noch eine Weile. So, nicht anders will man das haben. Denke ich mal. Wir gucken erstmal, was die Fähigkeit ist. Dann Lebenspunkte Stufe 2. Und wir haben ein Kombo-Plus erlernt. Sehr schön. Wir haben eine weitere Kombo. Gut, dann können wir hier jetzt die Attacke ransetzen. Und hier haben wir jetzt einen Stufenchip. Ich würde sagen, wir nutzen das so langsam, um hier zu dem Kommando-Chip zu kommen. Also zu dem Prozessor. Sehr schön. Regnet es die Dinger jetzt etwa schon? Wie gesagt, Tetris-Prinzip. Oder Minecraft, wenn man so will. Das sind ja auch Blöcke, die da runterkommen. Das sind Sandblöcke. Oh mein Gott. Als ich das Spiel das erste Mal als Playte habe, war Minecraft ja noch ganz neu. Da existierte Minecraft vielleicht einen Monat oder so. Oktober 2010 war das. Ich weiß nicht, wann genau Minecraft ins Leben kam. Aber es war damals noch keine große Sache. Und zwar nicht sofort. Hoch. Egal. Feuerherbe. Erinnert mich so ein bisschen an eine Serie, die jemand, den ich mal kenne, geguckt habe. Hantikis hier oder so. Da habe ich auch immer ihre Art. Ich habe nicht so angekündigt. Feuerball. Puh, wer blitzt. Das war immer so affig. Das ist so ein Typ, zu dem gehst und er zwingt dich dann, das zu gucken, weil er es unbedingt nicht verpassen will. Du hast dann natürlich dein DS dabei und spielst dann sowas wie das hier. Ach ja, gute alte Zeiten. Und der Abschlussangriff. Feuerwerbe. Pugelblitz. Oh Mann. Oh Mann. Nimm Feuerer und verbrenne dran. Elendiglich. Das Geländer ist größer. Seht ihr es? Hier gab es kein so großes Geländer in Kingdom Hearts 1. Jedenfalls ist mir nicht aufgefallen, dass es so groß war. Es war eher so wie hier. Das ist neu. Warum verhindert sich die Gegend so krass? Wenige Bugs. Soll man ja verstehen. Backe, backe Kuchen. Vor allen Dingen tauchen da immer wieder welche hinten auf. Ist das normal? Oder ist das jetzt gerade ein Emulator-Fehler? Das kann ich euch nicht sagen. Und es geht noch weiter. Am Ende muss ich das machen. Ja, natürlich, um da hochzukommen. Genau das ist das Ziel. Oder der Weg ist das Ziel. Aha. Und was für ein Block... Ach, der da unten. Auf den verzichte ich mal. Ja, und meine Weizsicht im Emulator ist wirklich ein bisschen verknackst. Das sieht man wirklich, weil die so komisch auf- und abtauchen. Die Blocker... Nein! Komm schon! Wirklich! Das ist nicht euer Ernst! Sora lacht mich aus. Ha! 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 Sehr schön. Oh, screw this. Ich wünsche, das würde ich wirklich beibehalten. Dann würde ich mich nicht die Hälfte des Partes daran aufhängen. Aber ich hänge mich hier auch an dem Platforming auf. Seht ihr? Sora muss sich immer dranhängen. Dabei sind die Entfernungen nicht mal größer als die, die ich davor gemacht habe. Und da muss ich mich nicht dranhängen. Ach, egal. Jetzt ist es mir gerade wirklich egal. Natürlich könnte ich da noch hoch. Ich schätze mal, Trevor's Ost ist jetzt frei. Also könnte ich jetzt in den anderen Gang? Wo ich dachte, wo es zu der Hintergrasse ging und da ging es in Wirklichkeit nach Trevor's Ost. Oh Mann! Meine Orientierung ist total verkorkst. So, hier müsste ich jetzt lang. Nehme ich an. Ach, guck mal, was sich da wieder versteckt hat. Nein, hier ist, äh, doch, doch, der Durchgang ist da. Jetzt sehe ich es auf der Karte. Hab's jetzt nicht erkannt. Und hiermit steigen wir den Leuten nochmal aufs Dach. Höre ich. Oh, sehr schön. Eta. Und damit haben wir es erreicht. Hier müsste jetzt eine der drei Enten sein. Truck. Wo bist du? Das hier ist eine ganz schön vertrackte Situation. Ich glaube, ich werde die Enten einfach bei mir behalten, indem ich meinen Traktorstrahl einsetze. Dann spiele ich Bauer und suche meine Frau in einer der Enten. Denn wir wissen alle, dass eine Ente eine Fake ist. Hey, Truck, kannst du mich hören? Bist du hier irgendwo? Hm, komisch. Ob er woanders steckt? Ha! Na, super. Klapper-Soldaten. Warum heißen sie so? Naja. Sie klappern. Und sie sind Soldaten. You got questions? Get ready. Ja, doch mal auch Fragen. Kann ich wagen, es zu sagen? Sie zu stellen, meine Fragen? Oh, Mann. Und wie wird sie alle ausschalten? Das muss sie aber den einen oder anderen Level ab für mich bereithalten. Vor allem Blitz, meine Kommandos spame ich einfach nur gerade. Sollte man ja meinen können, dass ich das mache. Da, 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 dum, dum. Ähm, wenigstens gegen die Kampfballe, die kann man nicht sagen. Die ist immer noch so schön wie eh und je. Au. Naja, eher nicht au, aber... Ihr wisst schon. Hab's nicht getroffen. Das hat schon mal den Pott eine verpasst. Wie ist hier Nocturnen oder so? Irgendwie so eine Art. Ihr seid mir viel zu viele. Das ist eine Tatsache. Ich stelle mich mal in die Mitte. Wo ist mein Blitzrad verschwunden? Ich wurde getroffen währenddessen. Dann bin ich also noch nicht in meinem eisernen Wille. Jetzt bin ich in meinem eisernen Wille. Jetzt werden Magie und Kommandos nicht mehr unterbrochen, wenn ich Schaden nehme. Was gerade eben passiert ist. Was ich da so ein bisschen früher hätte brauchen können. Genau deswegen verfolge ich doch diese Route, goddammit. Sehr schön. Truck scheint nicht hier zu sein. Vielleicht sollte ich erstmal zu Sid zurückkehren. Hey, wieder dieser Typ. Ich glaube, er ist nach Travers Mittel gegangen. Also zu Sid zurück. Genau wie du sagtest. Oh man. Keine Entscheidungsfreiheit. Das Spiel zwingt einen sofort dorthin zu gehen, wo Sora hin will. Indem es Convenience dran legt und tatsächlich noch einen Plotgrund daran setzt, dass Sora da hin will. Egal. So sollten Spieler es doch machen, oder? Nicht einfach bei Course of Business irgendwo hingehen. Hört hier mal auf zu spawnen, ihr dreckigen Klapper-Soldaten. Wie viele Klapper-Storche haben euch denn auf die Welt gebracht? Oha. Ich habe zwar schon gesehen, dass hier einiges in der Luft ist, aber nicht, dass das... 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 Ist. Wow. Sehr schön. Nein! Ach. Wo? Platforming, das bei Drag-Line ist klapp. Das kann nur ein Paradoxon sein. Er hat mich ins Paradoxon gejagt. Wir machen das mal so ein bisschen blind. Jetzt hätte ich das wahrscheinlich auch bei dem anderen machen können, oder? Sehr schön. Hier, hier ein Abwärtschip. Ich glaube, den setzen wir noch an und dann machen wir dem langsam ein Ende hier mit Travers. Uah. Uah. Steuerung. Hier ein Abwärtschip rein. Und weiter geht's. Da ist der. Hä? Wo sind die ganzen Leute? Gib's zu. Für die Anomalien bist du verantwortlich. Warte. Da hat jemand aber definitiv Forksers Statur, ne? Das muss man zugeben. Nee, verändert hat sich hier nichts wirklich. Das ist ein No-Brainer. Ein Zugang. Verlass. Kommt jetzt wieder so ein Block Worm, oder? Ne Block Spinne. Hatten wir ja schon mal in Form von Pötten in Agrabau in Kingdom Hearts 1. Da 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 da. Hier, seht ihr das auf der Karte? Wir haben jetzt eine Ebene, die aus mehr als nur einem Raum besteht. Sowas wird auch noch häufiger. Also es wird hier alles größer und größer und größer. Einfach nur größer. Die Anomalien werden richtig, äh, richtig heftig. Wir müssen jeden der auf der Karte als Bug markierten Räume, äh, naja, klären, weil dort Bugs sind. Also es sind nicht mal in allen Räumen Bugs. Aber teilweise sind da Sachen versteckt. Und das sind, naja, Sachen, ne? Was hat sie fängt? Sachen sind Sachen und machen Sachen. Aber was machen Sachen? Könnt ihr mir was sagen? Sehr schön. Der Raum ist geklärt. Gehen wir in den Hauptraum. Wir sollten uns aber... Obgleich da keine Bugs in den anderen Räumen sind, wir sollten uns alle ansehen. Ich klopp hier einfach mal ein bisschen durch. Aber insgesamt lasse ich die Bugs jetzt erstmal noch, äh, stehen, weil... Wir haben hier noch ein bisschen was in der Ebene, was wir logischerweise erkunden und angucken können. Manchmal gibt es da auch... Waren nicht... Waren nicht auf diese Weise auch Sequel-Bosse hier verteilt? Dass es einige Sequel-Bosse gab, die hier so verteilt sind? In diesen Nebenräumen? Bin mir grad nicht sicher. Au. Aber hauptsächlich sind hier bloß so unnütze Blöcke. Wir haben auch wirklich oftmals in den Räumen so Flaute. Von dem, was wir finden. Wobei vielleicht mal ein Heilmittel oder eine Potion. Aber irgendwann ist das auch einfach nichts mehr wert. Wir kriegen da SP und alles. Das ist schon gut. Wir töten einfach mal alles, was wir weg haben, haben wir weg mäßig. Oh, da ist sogar ein Bug. Ein Knapper sollte hat einen Bug. Oh nein, das ist ein Schwabbel-Funk-Bug. Okay. Blitzra sollte treffen. Das Ding ist schneller als normale Ado-Wampen in diesem Spiel. Seht ihr es? Es gibt hier auch Speed-Bugs. Ich glaub, die Farbe des Bugs markiert, welchen Effekt er hat. Und Geld bedeutet dann in dem Fall Schnelligkeit. Oh, wir haben den Raum gelöst. Und in dem Anfangsraum ist jetzt alles frei geworden. Das nenn ich nice. Dann müssen wir jetzt nichts mehr in dieser Ebene. Aber ich glaub, wir haben hier bloß eine Ebene dann, weil das das erste Mal so eine mehrräumige Ebene ist. Ebene. Ebennetze. Meine Zunge. Oh. Einfach so ein Schwabbel-Funk. Na gut, wenn ihr meint. Dann komm ich auch einfach so mit einem Schwabbel-Funk-Klar. Magie ist ja mein Metier. Das war das, was ich nicht gewählt habe. Aber ihr seht ja schon. Ich mache damit wirklich meinen, äh, haushaltenden Damage, ne? Jedenfalls gegen Ado-Wampen. Paralysieren sie schon. Ist alles super, aber ich... Bäm, bäm, bä, bäm. Schenken wir auch schon ein paar, äh, bisschen Erfahrung mit. Erkunden, in der Regel, sollte sich lohnen. Ich kann mit Dreieck also meine Kommandos auch so durchswitchen, wenn sie alle verbraucht sind und dann wird er irgendwann das Normale machen. Hier, ich demonstriere mal, habe alle verbraucht und gehe dann jetzt die ganze Zeit auf Dreieck, bis er den nächsten wieder hat und das kann ich jetzt wiederholen. Vielleicht kann ich sie mit L machen, aber dann setze ich sie nicht ein. Was, äh, unter Umständen auch besser ist. Echt jetzt? So viele? Ja, meinetwegen. Meine... Meine ganzen Dinger sollten wir eigentlich schon langsam aufgelevelt haben. Ich sollte mal nach denen gucken. Oh Mann, das war viel am Platze, wortwörtlich. Weil ich immer wieder gegen den Schwattelfang stoße, komme ich hier nicht weiter. Oh Mann, ich sollte ihn aber auch wirklich schon treffen. Der empfehlenswert. Er brennt! Hä? Irgendwas war da noch. Ich habe doch nur eine Lebensleiste gesehen. Egal, es ist weg. Ich habe ganz vergessen, dass er hier automatisch springt. Ich mache das immer manuell. Oh Mann, das Platforming ist hier doch so vereinfacht schon. Und ich mache es mir unnötig schwer. Na gut, manchmal ist es auch besser, manuell zu springen. So, dann wird es endlich Zeit, diese Ebenen zu verlassen. Ich habe genug von hier, diese Drecksebene, voll auf der... Guck mal. Ah nein, da unten ist er. Sehr schön, das war's. Energieimpuls. Umgib dich mit Lichtkugeln, die simultan explodieren. Das klingt sehr nach Aquas, Finisher. Einmal noch eine Feuerklinge. Das war das weitere, ähm, Erfahrungspunkte. Hey, alle sind wieder da. Das war der Bug. Hau. Oh, die Bewohner sind wieder da. Diesen Fehler scheinen nicht behoben zu haben. Jetzt erst mal den Fehler des, äh, Sachen nicht ausgerüstet habens beheben. Hm. Stufen. Ich könnte zwei Stufen. Ist das ein kluger Nutzen? Ich setze jetzt hier meinen Stufenchip rein und hab ihn verdoppelt. Doppelkehren geschaffen. Die Chips zwischen den beiden Prozessoren haben jetzt zweifache Wirkung. Achso, alle gleich. Oh. Das hab ich ein bisschen verpasst. Wir haben den Dual Core. Sehr schön. Wir können jetzt hier noch Magie einsetzen, haben dann eine neue Fähigkeit. Und zwar blocken. Wir können blocken. Oh. Das war ein bisschen wichtig. Zeit, äh, in Feura umzuwandeln. Sehr schön. Stufe 8. Das hat schon ein bisschen was wieder. Feuer, Klinge, Hitze, Lauf, Hitze, Lauf. Ich könnte auch einen Blitz dran setzen, da haben wir noch ein höheres Feuerer. Und jetzt den Feuerwirbel einmal. Den können wir mit nichts zusammentun, sodass er sich verändert. Also würde ich sagen, da sitzt nur eine Feuerklinge dran. Blitzra. Mal gucken. Schwertlauf, Blitz, Klinge. Elektro-Lauf. Aber ich mag meinen Blitzra, wie es ist. Ich nehm mir den Hitze, Lauf. Haben wir einfach pure Magie. So, ähm, das ist die Frage. Mit Sid sprechen? Sid, seid ihr okay? Gerade waren hier alle verschwunden. Hä? Also, ich habe die ganze Zeit über niemanden vermisst. Ich auch nicht. Was redest du da für einen Unsinn, Sora? Wie bitte? Äh, haben die, äh, davon ist ja gar nichts mitbekommen. Wie sieht's aus? Hast du's Rack mittlerweile gefunden? In Travers Ost war er nicht. Gibt es sonst vielleicht noch eine Spur? Hm. Tja, also. Hä, okay. Äh, wir erklären ihn etwa vor Tod und haben die Sache erledigt, ne? Ich such einfach überall nach ihm. Entschuldige die Umstände. Lass auf dich auf, ja. Oh, Mann. Finde Truck! Da wieder hinten, äh. Das ist neu. Guck mal, was wieder offen ist. Aber in Travers Ost war er doch nicht. Oh, mein Gott. Feuerer. Blitzra. Das ist ein stärkeres Blitzra. Ja, also nehmt es. Nehmt alles Blitzra mit all meiner Macht. Auf das es euch fixe und alle Macht. Dass ihr von Feuerer überhaupt Schaden bekommt. Gab's nicht mal ein Spiel, in dem ihr das absorbiert habt? Warum seid ihr schwächer als Feuer? Na gut, das hier ist ne Simulation. Das ist nicht echt. Also, könnte man das auch als Bug sehen. Diese Simulation ist immerhin nur so schlau wie ihre Programmierer. In dem Fall Jiminy's Tagebuch. Der Programmierer. Ach, was soll's. Kauf mir ein paar Kommandos. Spannos, äh, Schwertverfeuer, Drehschlag, Heilgemacht, verlangsamt Gegner in der Nähe und hat halt gering für die Schaden. Gegen Blockwürmer. Denk ich mal ganz gut. Ich nehm nochmal für den Wert Heiltränke mit. Und ansonsten zwei Sturmläufe. Und den Rest wieder Heiltränke. Sehr schön. So, jetzt ist nur die Frage. Truck. Ich hab hier nur den einen Weg. Warum hab ich hier nur den einen Weg? Ich kann doch mal in dieses Gebiet irgendwie rein. Wobei ich konnte es vielleicht einfach nur nicht auf der Karte sehen, wo ich da rein konnte. Dort hinten war wirklich bloß der Bug. Gehen wir einfach wieder in altbekannte Gebiete. Wow. Oh Mann, schon wieder neue Blöcke. Da drüben stimmt was nicht. Das sollte ich mir ansehen. Guckt euch das an. Der Ort geht vor die Hunde. So, ich stell mich dann einmal hier hin und mach hier einen Feuerwirbel. Und das sollte alles erledigen. Wallum. Da gerät das Blut richtig in Wallum. Oh. Me likes, me takes. Attacke bloß eins. Sehr schön. Au. Wollte eigentlich ein... Warte mal, ich hab das Feuerwehr tatsächlich nicht noch machen können. Aber ich war nicht im eisernen Willen. Ich bin doch nur in Wallum. Jetzt bin ich im eisernen Willen. Ach, Mann. Da verstehe noch einer. Au. Hört mal auf, mich zu schlagen. Huch. Nein, ich... Oh. Ganz fertig war ich hier, glaube ich, noch nicht. War jetzt plötzlich so einfach, hier hochzukommen. Ja, aber ich hatte recht. Ich war noch nicht ganz fertig. Nein. Argen. Neuester, intelligentester Sound auf der Welt. Argen. Probiert ihn gleich mal aus und zeigt ihn in eurer Familie. Schatz, soll ich dir vielleicht einen Exorzisten holen? Ja. Ich bin verrückt. Ich hoffe, daran gibt es jetzt keinen Zweifel. Und wenn doch, dann werde ich ihn bald ausräumen. Oh, Mann. Guckt euch das an. Das... Oh, das sieht so real aus. Warte mal, das hier ist scheinbar schon... Okay. Gerade noch gerettet. Ich hätte es fast verpasst. Ein Nullchip. Ist nicht unbedingt das Wertvollste, was ich wollte. Was hat das zu bedeuten? Das Gebäude ist ja total platt. Hallo, ist irgendwer? Trag. Bist du das? Wo steckst du? Ich weiß es auch nicht so genau. Ich bin gerade noch auf dem Dach gewesen, aber... Habe ich... Ob die in die Fazite vielleicht deckt? Behebe ich diese Störung? Finde ich ihn vielleicht. Also los. Ja, es gibt in diesem Spiel tatsächlich sehr viele Anomalie. Das hier war die alte. Das ist nicht die neue. Nicht die jetzige. Ich bin hier auf jeden Fall ganz kalt. Ihr seht, manchmal kann die Anomaliesuche auch ein bisschen dauern. Sie kann auch irgendwo oben sein. Ich vermute mal, der Brunnen... Irgendwie so in der Umgebung... ...ist das vielleicht anzusiedeln. Oh, Mann. I do love me, my Blitzra. Warum spawnst du, nachdem ich geschossen hab? Demnackt. Hmm... Das ist jetzt wirklich die Frage. Wo finden wir es? Ich hatte noch nicht mal im Ansatz irgendwo eine... ...warme Spur. Wenn man es so nennen will. Blitzra eignet sich auch super, um Blöcke zu zerstören. Oh. Ich brenne? Ich brannte! Oh, Mann. Dieser Part hier wird tatsächlich ein bisschen länger. Ähm... Schlitterblöcke. Blaue Blöcke mit grünen Muster lassen sich durch Angriffe bewegen. Nutze diese Eigenschaft, um Treppen... ...äh... ...zu schaffen, die sonst unerreichbar sind. Also zu Orten, die sonst unerreichbar sind. Nun, ich würd sagen, ich hab mal spontan verkackt, aber... ...das ist nicht so. Also, im Pokémon müssten wir jetzt Stärke einsetzen. Sora setzt Stärke ein. Sora kann den Felsen bewegen. Magie wirkt da ja super. Finish einfach mal. Finish him. Finish der Schiebeblock. Hm. Oh gut. Das haben wir. Ist nur wieder ein Raum hier in der... ...ganzen Matrix. Warte mal. Das können wir doch einfacher haben. So. I really do love me, my Blitzerer. Sehr schön. Insgesamt war's das noch nicht. Memory Blöcke. Blöcke mit einem Stern auf grünem Grund haben... ...irgendwo auf der Karte ein Gegenstück. ...mit Angriffen kannst du sie bewegen. Was? Ich wusste nicht, dass ich durch einen Stick-Bewegung... ...auch Texte verschwinden lassen kann. Ich muss sie zusammenführen... ...und dann werden sie zu einem Block, den ich... ...zerschlagen kann. Memory Blöcke sind noch ganz lustig. Sie geben mir immer in Sachen. I get stuff. Stuff and stuff and stuff. I'm gonna stuff them into it. I get stuff out of it. That's the healthy stuffing. Und das macht mir auch gleichzeitig so einen Weg hierhin. Und irgendwo ist dann auch... ...noch ein Stern. Der ist oben. Okay, ich seh schon. Aber noch keine Alomalien. Soviel dazu. Irgendeiner lebt noch. Wenn sie... Also... ...wenn sie respawnen, haben sie noch das Leben, was sie sonst hatten. Sie haben noch nicht volles Leben, wie in einem gewissen anderen Kinohatspiel. Oh, Mann. Total übersehen, den da. Lass mich bitte einfach weiter, ja? Wir machen diese Anomalie jetzt auf jeden Fall noch fertig in diesem Part. Und dann werden wir sehen. Ach so, kann ich mich manuell umgucken. Ist mir gerade ausgesehen aufgefallen. Okay. Boah, ihr macht langsam Schaden. Ich bin ja mäßig beeindruckt. Oh, dann nutzen wir die Umguckfunktion doch gleich mal aus. Weil ich mag sie eigentlich. Nur merkwürdig, dass ich jetzt eher eins halt gedrückt halten muss. Aber, hey. You take what you get, huh? Sehr schön, dann haben wir das. Und können hier raus. Mal gucken, was mir das Spiel jetzt wieder erklären will. Weil irgendwie erklärt es nur Sachen. Es erklärt einfach mal gar nichts. Interessant. Jetzt müssen wir unser ergattertes Wissen tatsächlich noch einsetzen. Aha, aha. Ja, Sora hat es doppelt kapiert. Beziehungsweise, weil er rollt, muss er ja die ganze Zeit... Ha, ha, ha. Und irgendwann hast du halt allen Atem ausgeatmet. Und da muss er ihn wieder einatmen mit... Aha! Was dann die gegenteilige Bewegung wäre. Ähm. Wo wäre der Klug? Ich sehe nur die ganze Zeit das da hinten und denke mir... Hm, vielleicht das. Auch schön, dass wir hier die Geräusche von der... Also die Schrittgeräusche von der Tron-Welt recycelt haben. Aber das passt hier auch. Dieses Bit-Fuß-Geräusch. Wie soll ich das nennen? So, gehen wir erstmal auf die Sternblöcke ein. Wir müssen die rüberschieben, während die Brücke da ist. Entweder. Oder aber. Wir schlagen sie einfach beide runter. Was ich als wesentlich angenehmer verbuche. Ich meine, runter müssen wir ja sowieso, ne? Und es funktioniert auch so. Habe ich mir auch sehr sehen fallen lassen. Mensch, sowas passiert auch mal. Also, wieder eine Anomalie. Au. Das sind zwei Stück. Du warst eben unsichtbar. Warum war der unsichtbar? Weil er eine Anomalie ist und sich nicht an den Regeln halten muss. Das ist ein gutes Geburtsrecht. Ach, ich weiß schon. Ich kapiere das schon. Ich habe mir nur gerade den Fuß gekratzt. So, dann gucken wir mal. Da hoch kommen wir durch unsere Trampolin-Montage, die wir hier aufgebaut haben. Aber dann gibt es da immer noch eine Sache, da oben, auf die ich nicht klarkam bis jetzt. Ah, ich denke, da kann ich von hier aus rüberspringen. Das ist ein klares Ja. Sehr schön. Dann können wir hier gleich weitermachen. Ey, wir bräuchten eigentlich niemals diesen Schiebeblock. Habt ihr es gesehen? Wir kommen da auch so hin. Me likes Alternatives. Neue, neue was-Fertigkeit? Wir sollten mal generell wieder gucken. Hier, Attacke. Ich könnte aber auch mich auf die nächsten Dinger hier vorarbeiten. Hier einmal. Und ich setze hier mal den Nullchip ein. Kommando-Steckplatz freigeschaltet. Jetzt kann ich vier Kommandos ausrüsten. Sehr schön, hat sich schon gelohnt. Bonus-Booster-Kommando. Verbinde blaue Bonus-Booster über Chips mit einem Prozessor um neue Kommandosteckplätze. Warte mal, das wurde uns doch gerade gesagt. Weil die hier nicht verdoppelt werden, habe ich hier jetzt mal einen Nullchip eingesetzt. Ich schätze mal, dafür sind die gut. Fragezeichen? Egal, mehr Kommandos. Feuerer. Fusioniert. Immer noch Feuerklinge und alles. Nichts Neues dazugekommen. Ich kann hier... Achso, Schwertfall hatte ich ja schon. Dann würde ich mal sagen, werden wir Feuer los und machen einen Hitzelauf, der übelstark ist. Feuerwirbel. Ich kann Gegner fünf Runden darin fangen. Dormlauf. Und... Splitterer. Upgrade. Upgrade. Laden beschleunigt. Okay, Upgrade. Bei einer Umwandlung kommt es manchmal zu einem Upgrade. In diesem Fall wird das Kommando stärker als bei der Testumwandlung vorher. Oder vorher gesagt. Verbesserte Kommandos, Symbole, blablabla, Bedeutung, die Taktleiste füllt sich schneller auf, Kommandos werden schneller geladen oder vereint die Effekte von T und L, also von Takt und Laden. Und Stufe, je höher, desto stärker das Kommando. Okay. Wieder ein Elektrolauf. Ich will meinen Blitzrahr nicht loswerden. Ich setze da Gemach rein. Ich habe Gemach eigentlich für was anderes geplant, aber okay. Dann nehmen wir hier jetzt Sturmlauf und Schwertfall, was zu einem stärkeren Sturmlauf wird. Und damit hat sich das. Mal gucken. Dickes Fell können wir jetzt hier haben. Ich würde mal sagen, dass jetzt hier jetzt wieder das Magie-Upgraden kommt und dann zu... Deinen Abschlusskommandos, nein, Angriffskommandos werden nicht mehr unterbrochen. Okay, das ist also der Gegensatz zu eiserner Wille. Wir haben es fast geschafft, Leute. Der Part geht nur noch 50 Minuten von hier an. Ich meine, ihr seht, ich habe Aufnahmespaß hier. Und die Parts werden lang. So, wir haben jetzt ein bisschen was, aber ich will jetzt nicht den Hitzlauf machen. Ich Hitzkomm. Aber ich muss sie ja nicht zwingend fusionieren. Ich habe sie nur erstmal für den Moment verloren. Also jetzt Feuer oder Blitzra, wenn ich das jetzt so eingegangen wäre. Hups. 100%. Sehr schön, wir haben es geh 100%et. Wir haben es geendet. Oh, es bleibt? Nein, es bleibt nicht. Ich hatte einfach nur Glück. Sind wir jetzt fertig? Vielen Dank. Eisenamulett. Frostschutz. Nein, Eisamulett. Finde, dass Gegner nicht einfrieren. Erhöhlt Glück um eins. Also Item finden. Magie. Vertigowurf. Lässt dich Gegner in der Luft schmettern. Ich nehme mir davon noch einen. Noch mal 10 Erfahrungspunkte und dann hat sich das. Hallo. Hört mich denn niemand? Klang, als käme das von Dach. Nun, das machen wir aber wirklich im nächsten Part. Danke fürs Zusehen. Kommentieren nicht vergessen. Dragliners. Kämpf gegen ein paar Herzlose. Okay. Das war ein bisschen unklug. Ich wollte einfach nur ein Kommando machen, um einen coolen Abschluss zu haben. Und ihr lasst mich das nicht machen. Ich mache Sturmläufe in der Luft und ihr wagt es noch zu stehen. Nur den Wirbel, den kann ich nur am Boden machen. Naja. Tschüss, Leute. Tschüss. Tschüss.